Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Wir haben ein sehr, sehr großes Paket von Asus zugesendet bekommen und hier drin versteckt sich ein Gaming-Monitor. Der neueste Gaming-Monitor aus dem Hause Asus und wahrscheinlich, verbute ich jetzt einfach mal, der feuchte Traum eines jeden Gamers. Denn das Teil hier ist technisch das krasseste, was man aktuell bekommen kann. Ich kann es schon mal vorwegnehmen. Wir haben es hier mit einem 4K OLED 240 Hertz Monitor zu tun und in dem Video hier wollen wir zusammen rausfinden, ob das Teil hier der ultimative Gaming-Monitor ist. Wir werden ihn jetzt gleich mal zusammen auspacken und anschließend werden wir zusammen alles messen, was wir an dem Monitor messen können, um herauszufinden, ob das wirklich der beste Gaming-Monitor ist, den es zurzeit auf dem Markt gibt. Dieses Video wird präsentiert vom Cryo-Sheet von Thermal Grizzly. Das Cryo-Sheet ist die neueste Generation von Wärmeleitpads und eine echte Alternative zu klassischer Wärmeleitpaste. Es bietet eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit, denn hier kommt nicht wie bei älteren Pads Graphit, sondern Graphen zum Einsatz. So kann das Cryo-Sheet mit der Wärmeleitfähigkeit von sehr guten Wärmeleitpasten wie zum Beispiel einer Kryonaut mithalten. Und es bietet einen entscheidenden Vorteil, da es aus Graphen ist, kann es nicht austrocknen. Einmal auf die CPU und nie wieder Gedanken machen. Den Link zum Thermal Grizzly Cryo-Sheet findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann schauen wir mal, was sich hier drunter versteckt unter der Abdeckung. So, und wir haben von Asus nämlich hier das Creator-Paket zugesendet bekommen. Also ist hier nicht nur der Monitor drin, sondern wir haben auch noch, Tobi hilft mir auf die Sprünge, das Paket ist zu groß, ich glaube ein Monitor-Arm und dann auch noch eine Leitbar oder umgekehrt ein Monitor-Arm und eine Leitbar, die wir an den Monitor dran schrauben können. Aber natürlich, das Hauptprodukt versteckt sich hier hinten. Und zwar ist es dieser gigantische Monitor, hinter dem man mich gar nicht mehr sehen kann, wenn ich den hochhebe. Den werden wir jetzt mal zusammen auspacken. Dann schauen wir mal, was man für aktuell 1700 Euro so geboten bekommt. Was ich natürlich noch vergessen habe zu sagen, es ist ein 32-Zoll-Monitor, also schon ein wirklich großes Gerät. Und hier an der Seite haben wir natürlich ganz klassisch alle Features schon aufgeschrieben. 4K-UHD, 4K-Monitor, 240 Hertz. OLED kann er auch, 0,03 Millisekunden Reaktionszeit kann er auch, G-Sync kann er auch, HDR kann er auch, Maus und Tastatur kann er auch, das steht übrigens für den KVM-Switch. Dann haben wir HDMI 2.1, das kann er auch, 90 Watt Power Delivery über USB-C kann er auch und das kann er auch, das kann er auch und das kann er nicht mehr, das ist nämlich abgeklebt worden. Gut, also dann kann ich mir das Video ja jetzt sparen, weil jetzt kennt ihr ja alle Features schon. Ne, wir packen den jetzt natürlich aus und dann wollen wir natürlich auch mal rausfinden, ob er das alles auch wirklich kann und wie gut er das kann, dann holen wir das Teil doch mal hier raus. Wir haben hier jede Menge drin im Paket. Ich denke, den Zusammenbau, den wollen wir euch im Video ersparen. Dazu haben wir einfach mal hier die beiden Teile vom Standfuß. Bei Asus, da hat man unten immer an dem Fuß hier unten noch so eine RGB-Beleuchtung und das wird hier dann einfach so reingesteckt. Da kommt der Monitor drauf. Ansonsten an Zubehör haben wir hier tatsächlich schon mal ein Täschchen dabei. Da können wir mal reinschauen, was da so drin ist. Ich nehme mal an, alle möglichen Kabel, Displayport, HDMI und dann auch noch ein USB-C-Kabel. Also alle möglichen Kabel, die man jemals brauchen könnte, um irgendwas an dem Monitor anzuschließen, hat man auch dabei. Dann werde ich den jetzt zusammenbauen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Monitor aufgebaut ist und dann werden wir das Ding mal durchchecken. Wie ihr seht, haben wir jetzt schon hier unser ganzes Setup aufgebaut und auch natürlich den Monitor ausgepackt und hier aufgebaut. Und ich denke, man sieht auf den ersten Blick, das Teil ist echt ein großer Monitor. Bevor wir jetzt gleich zu den ganzen Messwerten kommen und zu unserem Messequipment, was wir überhaupt messen, mit was wir messen, hätte ich gesagt, machen wir als allererstes mal nochmal einen Ausflug in das Reich der technischen Daten. Denn ihr wollt natürlich wissen, was dieser Monitor out of the box eigentlich kann und womit er auch beworben wird. Ich meine, wir haben es hier mit einem, ich nenne es mal, Ultra-High-End-Gaming-Monitor zu tun. Also wir haben hier einen 32 Zoll bzw. 31,5 Zoll großen Monitor. Wir haben ein OLED-Panel und zwar ein QD-OLED-Panel, also ein Quantum-Dot-OLED-Panel. OLED ist für mich persönlich einfach die geilste Display-Technologie. Ich meine, das Bild ist einfach nur ein Traum. Die Schwarzwerte sind ein Traum. Bei OLED leuchten die einzelnen Pixel. Es gibt keine Hintergrundbeleuchtung und entsprechend ist der Kontrast natürlich wahnsinnig und das Bild sieht einfach nur wirklich sagenhaft gut aus. Auch dadurch, dass die Displays ja immer verspiegelt sind. Also man hat hier nicht so eine Anti-Reflektionsfolie, sondern das Ganze spiegelt eben so, wie ihr das vielleicht auch von alten iMacs oder so kennt. Und für mich persönlich sorgt das einfach ein bisschen dafür, dass das Bild noch knackiger, noch schärfer wirkt, aber ist natürlich super stark persönliche Präferenz an der Stelle. Was auch persönliche Präferenz ist, und das finde ich hier richtig geil, ist, dass wir kein Curved-Display haben. Ich persönlich bin kein großer Fan von Curved-Displays und ich finde es richtig gut, dass sich Asus hier entschieden hat, dass wir wirklich mal einen flachen Monitor haben und das auf der Größe machen nicht viele, finde ich aber persönlich viel besser. Daher für mich persönlich von den Grundentscheidungen OLED, die Größe von dem Monitor, flaches Display und dann auch noch verspiegelt, richtig, richtig geil. Aber wie gesagt, an der Stelle alles erstmal persönliche Präferenz. Könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten für Monitore mögt. Curved oder nicht curved? Verspiegelt oder doch entspiegelt? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ansonsten haben wir es hier natürlich nicht mit irgendeinem OLED-Monitor zu tun, sondern wir haben es hier mit einem High-End-Gaming-Monitor zu tun. Wir haben hier 4K-Auflösung, also UHD und trotzdem 240 Hertz Bildwiederholrate. Das gab es bisher noch gar nicht. Mit dem Panel gibt es, glaube ich, drei, vier, fünf andere Hersteller, die auch Monitore mit dem selben Panel haben. Aber das ist auf jeden Fall das erste Panel, was 4K 240 Hertz bei der Größe unterstützt. Und das ist schon krass, weil an der Stelle muss man sich mal überlegen, was für einen PC braucht man eigentlich, um 4K 240 Hertz auf dem Monitor zu zaubern. Ich denke, selbst mit einer 4090 wird es in sehr vielen Spielen sportlich. Werden wir uns später aber auch noch anschauen, wie alltagstauglich eigentlich 4K 240 Hertz überhaupt ist. Ansonsten habt ihr ja vorher schon auf der Packung gesehen, wir haben eine Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden. Das ist schon extrem wenig. Die meisten Gaming-Monitore werden immer mit einer Millisekunde angegeben. Hier sind wir bei 0,03. Werden wir später natürlich messen, ob das wirklich so stimmt. Wir haben natürlich AMD FreeSync Premium Pro an Bord. Der Monitor ist G-Sync-kompatibel. Was Gaming angeht, ist hier wirklich alles an Bord, was an Bord sein könnte, sage ich mal. Wir haben natürlich HDMI 2.1, wir haben DisplayPort 1.4. Also selbst wenn ihr das jetzt irgendwie an eurer Xbox oder Playstation 5 anschließen möchtet, habt ihr da gar keine Probleme. Dann machen wir mal weiter mit dem Speck-Feuerwerk. Und zwar ist der Hersteller von dem Panel hier Samsung. Und daher haben wir hier auch einen 10-Bit-Farbrom, also echte 10-Bit bei dem Panel hier. Und wir haben natürlich auch, zumindest mal von der Herstellerangabe, eine sehr, sehr gute Farbraumabdeckung. Und zwar 99% DCI-P3. Werden wir später aber natürlich auch nachmessen. HDR wird auch unterstützt. Wir haben hier DisplayHDR TrueBlack 400, falls das euch was sagt. Also HDR könnt ihr auch verwenden. Und dann haben wir am Monitor selbst, also ich sage jetzt mal von der Asus-Umsetzung, natürlich auch noch sehr viele Features. Wir haben alle möglichen Software-Features, die können wir uns später mal noch anschauen. Ansonsten haben wir hier, habe ich glaube ich vorher schon gesagt, oder haben wir auf der Packung gesehen, auch einen KVM-Switch. Was Asus an dem Gerät hier auch individualisiert hat, ist die Kühllösung. Das ist bei OLEDs tatsächlich ziemlich wichtig. Da geht es auch gerade um so Punkte wie Lebensdauer und Einbrennen von Pixeln. Das will man ja eher nicht haben. Darum hat Asus hier eine Heatsink hinten drauf gebaut und auch eine Graphenfolie hinten angebracht an dem Display, dass eben die Wärme möglichst gleichmäßig und auch gut abgeführt werden kann. Und das Teil hier ist auch von Asus Werks kalibriert und es gibt drei Jahre Garantie. Und ich glaube, damit sind wir jetzt erst mal das Datenblatt durch. Ich hätte gesagt, ich zeige euch mal, was wir testen können, wie wir testen und dann natürlich auch die Testwerte. Zum Thema Messungen und Testmethoden will ich ganz ehrlich zu euch sein. Wir sind aktuell dabei, unseren Testparcours ganz, ganz stark zu überarbeiten. Ihr habt vielleicht mitbekommen, wir haben schon echt lang keine Monitortests mehr gebracht. Und das liegt zum großen Teil einfach daran, dass ich auch gar nicht mehr wirklich zufrieden damit war, wie wir hier auf dem Channel die Monitortests gemacht haben und was wir da überhaupt gemessen haben und wie wir gemessen haben. Und ihr habt es vielleicht in letzter Zeit mitbekommen, wir haben jetzt hier, sage ich mal, ein bisschen größeren Anspruch bekommen an unsere Tests. Wir wollen, dass die auch wirklich aussagekräftig sind, dass die vergleichbar sind und dass die Tests euch halt auch wirklich was bringen. Und darum sind wir aktuell zusammen mit Fritz Hunter. Den kennt ihr vielleicht von Igors Lab, der macht ja die Monitortests. Sind wir zusammen mit ihm dabei, ja, unseren Monitortestparcours ein bisschen zu überarbeiten. Der hilft uns dabei, auch größere Haus auf jeden Fall an dich und vielen Dank dafür. Und wir wollen einfach, dass die Tests halt einfach gut sind am Ende. Wir sind aktuell so ein bisschen jetzt halt in der Umbruchphase, was unsere Tests angeht. Das heißt, wir haben jetzt noch nicht alles Messequipment da, was wir haben wollen. Ich habe zum Beispiel so einen Spektralfotometer bestellt. Das kostet 2000 Euro, hat aktuell aber leider auch eine super lange Lieferzeit. Das heißt, aktuell messen wir hier noch mit unserem Spider X, mit dem wir auch in der Vergangenheit unsere Messungen gemacht haben. Ist halt ein Colorimeter, ist nicht referenziert, ist entsprechend nicht super genau. Für die Messwerte als grobe Einschätzung heute wahrscheinlich okay. Und wir haben in der Vergangenheit tatsächlich auch den Input Lag, den haben wir hier mit gemessen. Das ist der Leo Botner Input Lag Tester, heißt er glaube ich sogar. Also ist ein spezielles Tool für den Input Lag. Problem ist, er misst den Input Lag halt bei 60 Hertz. Und ich meine, wir haben es inzwischen halt mit 4K-Monitoren, die 240 Hertz unterstützen, zu tun. Macht das jetzt Sinn, den Input Lag bei 60 Hertz zu messen? Ich weiß es nicht. Darum haben wir von Nvidia jetzt neuerdings auch dieses LDAT. Das ist ein Testgerät. Damit kann man nicht nur die Pixelreaktionszeit messen, sondern man kann damit tatsächlich auch den Input Lag beziehungsweise die Display Latency messen. Da werden wir später noch zukommen. Dann erkläre ich euch auch mal noch mal ein bisschen die Begrifflichkeiten, die wir hier in Zukunft verwenden werden. Das Teil hier verwenden auch wirklich viele andere Tester, professionelle Tester. Und damit sind unsere Ergebnisse dann tatsächlich auch vergleichbar mit anderen Tests, was ich super wichtig finde. Weil aktuell ist es halt so, dass ich jetzt mit den Geräten drei Monitore getestet habe. Also wir haben jetzt nicht super viele Vergleichswerte, aber zumindest ein paar Vergleichswerte, dass wir halt auch die Ergebnisse irgendwie einordnen können. Ansonsten würde euch der Test ja auch nichts bringen. Aber einfach, dass ihr wisst, wir sind gerade dabei, das Ganze umzubauen. Wenn jetzt heute nicht alles 100% ist, dann habt bitte Verständnis dafür. Und in Zukunft wird es hoffentlich richtig, richtig geile Monitortests auch hier geben. Ich weiß nicht, ob es für euch interessant ist, aber ich will mal noch einen kleinen Einblick geben in solche Monitortests. Und darum zeige ich euch einfach mal, wie das Ganze funktioniert mit so einem Eldart. Das Teil hier wird nämlich einfach hier über den Monitor quasi drüber gezogen. Das hat so einen Gummi-Strap unten dran. So sieht das Ganze dann aus. Dann muss man das Gerät hier über diesen weißen Punkt drüber manövrieren, dass es da reinpasst. Und dann kann man hier tatsächlich das Display ausmessen. Ich will euch das Ganze jetzt mal nur zeigen, wie das funktioniert. Die Messwerte sind jetzt nicht 100%, einfach weil das Display muss man davor aufwärmen. Man muss 100% Helligkeit haben, dann funktioniert das hier mit der Kamera nicht. Also ich will nur mal zeigen, wie es geht. Die Messwerte haben wir natürlich davor schon gemacht. Und wenn ich jetzt den Test hier mache, dann kann ich hier die Display-Latency messen. Dann seht ihr, dann flackert das hier und dann misst das Gerät tatsächlich, wie schnell die Latenz ist. Weil das weiß ja, wann es das Signal reingegeben hat und es misst, wann das Signal quasi beim Monitor ankommt. Und entsprechend kann man eben die Latenz messen. Ihr seht jetzt hier oben, wir haben 2,7 Millisekunden Display-Latenz. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist Display-Latenz? Weil diese ganzen Begrifflichkeiten, Input-Lag, Display-Lag, Signal-Lag, da gibt es wirklich so viele Sachen und da kann man die Leute auch sehr mit verwirren. Darum hätte ich gesagt, klären wir als allererstes mal die Begrifflichkeiten. Und zwar seht ihr jetzt hier in dem Diagramm, wie so eine Latenz aufgebaut ist. Und zwar End-to-End, also wirklich von Anfang bis Ende, wie viel Latenz hat so ein Gesamtsystem. Das fängt natürlich an mit der Maus-Latenz. Dann haben wir natürlich die CPU selbst, die auch eine gewisse Zeit braucht, um das Ganze zu berechnen. Dann haben wir nach unserer CPU natürlich auch noch eine sogenannte Render-Latency. Also das Ganze muss bei der GPU ankommen und die GPU muss das Bild rendern. Dann wird das ganze Bild ausgegeben. Dann haben wir das Scan-Out vom Display. Das heißt, das Signal kommt jetzt beim Display an. Dann haben wir einen Processing-Lag oder Signal-Lag. Gibt es verschiedene Terminologien. Das heißt, das Signal wird vom Display verarbeitet. Dann haben wir natürlich, was ihr jetzt hier nicht seht, haben wir den Bildaufbau vom Monitor selber. Also wenn ihr einen 60 Hertz Monitor habt, dann habt ihr eine Sekunde, geht 1000 Millisekunden. Das heißt, 1000 Millisekunden durch 60. So lange braucht der Monitor allein, um das Bild aufzubauen. Das ist dann der sogenannte Display-Lag. Und dann habt ihr oben drauf auch noch die Pixel-Response-Time. Das ist natürlich, wie lange der einzelne Pixel braucht, dann später auch die richtige Farbe anzuzeigen. Also wirklich jede Menge Latenzen, die da zusammenkommen. Was uns natürlich bei so einem Monitor-Test interessiert, ist das Ganze hier hinten. Und das alles kriegen wir eben mit dem L-Dart raus und darum zeige ich euch einfach mal die Testwerte, die da rausgekommen sind. Und zwar haben wir jetzt hier unsere schöne Excel-Tabelle und da seht ihr, der eigentliche Input-Lag, über den immer gesprochen wird, der setzt sich eigentlich aus drei Komponenten zusammen. Eben dem Processing-Lag, wie lange braucht das Signal, um vom Monitor verarbeitet zu werden. Dann dem Refresh-Lag, wie lange braucht der Monitor, um das Bild aufzubauen. Und dann haben wir da oben drauf noch die Pixel-Response-Time, also wie lange braucht der Pixel selbst für den Farbwechsel. Und die Summe aus allen drei Werten ergibt dann eben am Ende den Input-Lag. Was ich hier getestet habe, ist wie gesagt noch nicht wahnsinnig viel. Wir haben drei Monitore. Wir haben hier diesen wunderbaren PG32U-CDM. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon den Namen gesagt habe hier im Video. So heißt das Gerät jedenfalls. Wieder ein sehr schöner Name. Dann haben wir einen M28U von Gigabyte getestet und zwar auch einen 4K 144-Hertz-Monitor. Und dann haben wir noch den sehr beliebten GP950, diesen LG Ultra-Gear-Monitor getestet. Der ist auch 4K bei 160 Hertz. Und dann können wir jetzt vergleichen. Hier, was den Processing-Lag angeht, haben wir jetzt hier tatsächlich nicht das schnellste Modell im Test. Da ist zum Beispiel der Gigabyte-Monitor ein bisschen schneller. Der braucht nur 0,1 Millisekunde, um das Signal zu verarbeiten. Beim Refresh-Lag wiederum ist unser Asus-Monitor aber schneller. Das liegt natürlich vor allem daran, dass es halt ein 240 Hertz-Monitor ist. Der baut das Bild natürlich einfach schneller auf. Wo er aber wahnsinnig schnell ist und das ist bei OLED einfach gigantisch, ist eben die Pixel-Response-Time. Ihr seht, von den 2,7 kommen wir hier auf 2,8 Sekunden. Das heißt, unsere Pixel-Response-Time und das ist die durchschnittliche Pixel-Response-Time, kommen wir gleich noch zu, ist 0,1 Millisekunde. Echte, gemessene Reaktionszeit. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Ich meine, ihr seht, wie das hier unten bei diesen beiden IPS-Monitoren aussieht. Da gehen wir von 3,6 auf 6,4 und von 3,8 auf 7,1. Das heißt, wir liegen über 3 Millisekunden Reaktionszeit. Echte Reaktionszeit, die gemessen wird, weil die Herstellerangaben, Gray to Gray, die sind halt ganz oft einfach nur der schnellste Wert, den man überhaupt nur messen kann. Ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar seht ihr hier so ein Diagramm von der Pixel-Response-Time. Das heißt, das Gerät misst, wie lang ein Farbwechsel braucht. Von 0 auf 64, von 0 auf 32, 0 auf 96, 0 auf 255. Weil ihr wisst ja, wenn wir jetzt im 8-Bit-Farbraum sind, dann haben wir 255 von jeder Farbe. 0 bis 255 und das ergibt dann eben diese 16 Millionen Farben oder was am Ende rauskommt. Die Zahl habt ihr bestimmt auch schon tausendmal gesehen. Das heißt, es gibt einfach Farbwechsel, bei denen ein Monitor schneller ist und es gibt Farbwechsel, bei denen ein Monitor nicht so schnell ist. Im Beispiel von diesem OLED-Monitor, da seht ihr, wir sind wirklich überall wahnsinnig schnell. Unter 0,1 Millisekunde kann das Eldad nicht messen. Wir sind hier überall 0,1 mal 0,2. Ich glaube, das hier unten rechts ist einfach ein Ausreißer. Wenn wir jetzt aber mal zu IPS schauen, wie das da im Vergleich aussieht und ich meine, das sind wirklich schnelle IPS-Monitore, die wir hier haben, die auch immer super in Tests bewertet worden sind, dann sind wir da halt je nach Farbwechsel schon bei ganz anderen Zahlen. Ich meine, ihr seht es hier, von 0 auf 192 4,6 Millisekunden und das Kürzeste, was hier wirklich rausgekommen sind, sind 2,0. Da sind wir wirklich sehr, sehr weit von OLED entfernt, wo wir überall 0 Komma-Werte haben. Die Response Time selbst ist aber nicht 100% aussagekräftig, denn man kann da gewissermaßen auch künstlich nachhelfen als Hersteller. Und zwar haben viele Monitore ja einen sogenannten Overdrive-Modus. Dann ist es tatsächlich einfach ein Mechanismus vom Hersteller, das Pixel schneller den Farbwechsel vollziehen zu lassen. Das führt aber in super vielen Fällen dazu, dass ja, das Pixel schnell reagiert, aber halt nicht, sage ich mal, bei der richtigen Farbe ankommt, sondern auf dieser Skala von 0 bis 255 darüber hinaus schießt oder eben gar nicht den Wert richtig erreicht. Und das sehen wir jetzt hier in diesem Diagramm. Ihr seht hier die Transition von dem Pixel. Das fängt jetzt hier quasi an, die Farbe zu ändern und hier kommt es jetzt beim Endwert an. Ihr seht es hier, Target Color und die Linie sieht hier so aus. Und bis wir dann den richtigen Farbwert erreichen, dauert es deutlich länger, weil hier unten ist die Zeitachse, wie wenn Overdrive aktiviert ist. Overdrive ist dann diese blaue Linie. Da seht ihr, das steigt deutlich schneller an und wir sind auf der Zeitachse deutlich schneller bei dem Wert, den wir eigentlich erreichen wollen. Das Problem an der Sache ist nur, wir haben dann einen sogenannten Overshoot und zwar dadurch, dass es so schnell geht, schießt der über das Ziel hinaus. Ihr seht es jetzt hier, hier haben wir 5 bis 10 Prozent Overshoot. Da geht es tatsächlich um diese Fläche hier, die oben drüber in diesem Grafen ist und das ist natürlich nicht gut, weil wenn ihr einen schlechten Monitor habt, der viel Overshoot oder auch Undershoot hat, dann kennt ihr das, das Bild zieht nach. Das nennt sich auch Ghosting oder Inverse Ghosting. Habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört oder eben auch an eurem eigenen Monitor gesehen. Wenn ihr schnell was bewegt und ihr seht, dass irgendwas schlierend zieht, dann liegt das tatsächlich in vielen Fällen einfach da dran und darum geben die Hersteller natürlich gern die Reaktionszeit mit Overdrive an. 0,1 Millisekunde oder eine Millisekunde, aber das Bild zieht dann halt nicht mehr schön aus. Darum macht es in vielen Fällen keinen Sinn. Wir messen in unseren Tests immer bei einer Einstellung, die noch ansehlich ist und dann kommt man eben bei einem IPS-Display auf solche Werte. Dann schauen wir uns jetzt mal den Overshoot an, was ich euch jetzt gerade erklärt habe bei diesem Monitor hier und der sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Wir haben hier durchschnittlich nur 0,3 Prozent Overshoot. Wenn wir uns zum Vergleich mal den GP950 anschauen, also einen IPS-Monitor, da haben wir durchschnittlich schon 4,9 Prozent Overshoot und tatsächlich einen Maximalwert, den wir hier unten rechts sehen, von 29 Prozent Overshoot. Das heißt, die Farbe, die dargestellt wird, hat im Endeffekt nichts mehr mit der Farbe zu tun, die eigentlich dargestellt werden sollte und das führt dann eben zu Schlieren auf dem Monitor, zu Ghosting und das wollen wir eigentlich nicht haben auf unserem Monitor. Ihr seht selbst, diese ganzen Metriken, gerade sowas wie Response Time, Overshoot und allgemein halt bewegte Bilder, da ist OLED einfach unschlagbar. Diese Werte sind so gut, die werdet ihr sehr, sehr schwer oder eher unmöglich mit einem IPS-Monitor erreichen können. So viel jedenfalls mal zu Response Time, Input Lag und, sag ich mal, den ganzen Latenz-Themen, die ja immer super viele von euch interessieren, weil sie am Ende halt sagen, ist das ein guter E-Sports-Monitor oder nicht und ist das Bild nachher in der Bewegung auch schön oder nicht. Ist aber natürlich nicht das Einzige, was man messen kann. Ich habe es ja vorher schon gesagt, was die Farbmessungen angeht, sind wir natürlich aktuell noch leicht eingeschränkt. Da wird in Zukunft wirklich viel zukommen. Wir haben auch schon ein neues Testprogramm, das ist auch extrem teuer und zwar Kelman Ultimate. Damit testen wir auch die professionellen Magazine. Ich will euch aber mal zeigen, wie wir eben bisher getestet haben und da können wir dann tatsächlich auch nur die Farbraumabdeckung messen. Die wird an drei Punkten gemessen und die sollte hier in dem Fall bei dem Monitor halt bei 100% oder 99% liegen. Wir testen im unkalibrierten Zustand, weil so kommt der Monitor auch bei euch zu Hause an und ich denke, die wenigsten haben die Möglichkeit, so einen Monitor selbst zu kalibrieren. Ist ja auch schon werkseitig kalibriert. Darum werde ich euch einfach mal zeigen, nicht wie wir das machen, weil das ist super langweilig. Man hängt im Endeffekt einfach nur das Gerät hier drüber. Dann werden da Farben angezeigt und dann misst das Gerät eben, ob die Farbe, die angezeigt wird, auch wirklich die Farbe ist. Und zwar sieht unser Messergebnis da so aus. Ihr seht hier die verschiedenen Farbräume. Der Monitor selbst, der Farbraum, den er dargestellt hat, ist hier in rot angegeben. Grün ist sRGB. Ihr seht, wir decken hier deutlich mehr ab als sRGB, was ihr hier in grün seht. Dann DCEP3-Farbraum. Seht ihr auch hier unten. Decken wir zu 98% ab. 99% war angegeben. Wir können hier nicht super genau messen. Ich denke, wir können an der Stelle der Herstellerangabe schon vertrauen. OLED-Displays sind ohnehin extrem gut, was das angeht. Der ist auch quasi komplett abgedeckt. Und dann haben wir noch Adobe RGB. Den seht ihr hier in rosa oder lila. Und der wird 96% abgedeckt. Ich denke, wenn man hier, sage ich mal, auf den entsprechenden Farbraum kalibriert, dann kommt man da wahrscheinlich auch sehr nah an die 100% dran. Also was die Farben angeht, und da kann ich auch wirklich subjektiv auch drüber sprechen, das Bild ist einfach nur der Wahnsinn. Das ist extrem gut. Und das war hier bei uns im Studio so, wir haben den Monitor drüben aufgebaut, wo wir quasi alle sitzen und arbeiten. Und jeder ist immer dran vorbeigelaufen. Und er hat gesagt, Alter, wie krass sieht eigentlich dieses Bild auf dem Monitor aus? Und ich denke, das ist schon Anhaltspunkt genug dafür, wie gut das Bild ist, weil jeder an dem Monitor stehen geblieben ist und halt gesagt hat, das sieht echt krass aus. Die Werte bestätigen das. Wir werden in Zukunft vielleicht auch den Monitor nochmal nachtesten, wenn unser Spektralfotometer da ist. Dann haben wir ein bisschen genauere Werte. Aber ansonsten, das ist wirklich extrem gut. Das war bisher eigentlich alles extrem gut. Also wir haben keinen Wert an dem Monitor, der nicht extrem gut ist. Und so lässt sich das eigentlich auch ganz gut zusammenfassen. Es ist ein wahnsinnig guter Monitor. Ich will euch zumindest mal zeigen, kann man überhaupt 4K 240 Hertz spielen? Darum gehen wir jetzt mal in zwei, drei Spiele rein und schauen, was kriegen wir überhaupt für Framerates auf dem Monitor mit einer 4090? Und macht es überhaupt Sinn, in 240 Hertz auf 4K zu zocken? Und sich so einen Monitor zu holen? Das wollen wir jetzt herausfinden. Wir sind in Cyberpunk und wir haben 41 FPS mit unserer RTX 4090, 4K-Auflösung und ich habe das Preset Raytracing Ultra ausgewählt und habe einfach mal sowas wie DLSS deaktiviert. Ich denke, in so einem Story-Spiel kann man das schon auch aktivieren. Dann werde ich jetzt mal hier DLSS anmachen. Wir machen das Ganze mal auf Quality und machen zusätzlich auch noch Frame Generation an und schauen mal, ob wir trotz Raytracing auch nur in die Nähe von 240 Hertz kommen. Und ihr seht, naja, wir sind bei 110 FPS. Das wird also schon schwierig. Auf Ultra-Einstellungen oder zumindest mit Raytracing werden wir die 240 Hertz vermutlich nicht erreichen und wir sind nicht im CPU-Bottleneck. Wir sind immer noch voll im GPU-Limit drin. Dann werden wir jetzt mal versuchen, das Ganze mit, ohne Raytracing zu probieren, einfach nur Ultra-Einstellungen. DLSS nach wie vor auf Quality, Frame Generation ist an, 125 FPS. Einen großen Unterschied hat es nicht gemacht. Und wir sind trotzdem auch immer noch im GPU-Limit. Das heißt, wir müssen mit den Einstellungen tatsächlich noch weiter runter. Das heißt, wir gehen jetzt runter auf mittlere Einstellungen mal. Jetzt sind wir schon bei 230 FPS, aber auf Cyberpunk-mittleren Einstellungen kann man das dann tatsächlich mit 240 Hertz spielen. Schaut euch das mal an. 235 FPS, das ist schon crazy. Ich glaube, so flüssig habe ich noch nie Cyberpunk gesehen. Ich glaube, es hat noch nie jemand so flüssig Cyberpunk gesehen in 4K-Auflösungen. Also Leute, es ist möglich, aber ihr müsst wissen, selbst mit einer 4090 müsst ihr die Einstellungen reduzieren. Und dann könnt ihr auch sowas wie Cyberpunk in der Auflösung mit der Framerate spielen. Es gibt noch eine Funktion, die dieser Monitor hat, über die ich noch ganz kurz sprechen will. Und zwar gibt es hier eine Funktion, die heißt ELMB. Ich glaube, Extremely, ich glaube, das steht für Extreme Low Motion Blur oder Extremely Low, Lop, 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 Lop. ELMB heißt die Funktion. Aussprechen kann ich es nicht, für was sie steht. Und da gibt es zusätzlich eine BFI und die steht für Black Frame Insertion. Das heißt, der Monitor setzt für jedes zweite Bild ein schwarzes Bild ein und es sorgt dafür, dass bei Bewegungen das Bild viel, viel, viel klarer wird. Ihr kennt vielleicht diesen UFO-Test. Wenn ihr da 240 Hertz nativ und unten drunter 120 Hertz mit BFI legen würdet, dann würde das nahezu identisch aussehen. Warum sollte man das verwenden? Weil eigentlich wird die Framerate ja halbiert. Ihr habt dann nur noch 120 Hertz. Aber, wenn ihr ein Spiel habt, was ihr nur mit 120 Hertz spielen könnt, auf den Grafikeinstellungen, die ihr haben wollt, zum Beispiel Cyberpunk, auf Ultra-Einstellungen, dann könnt ihr BFI aktivieren und habt ein viel klareres Bild in Bewegungen. Oder, wenn ihr auf der Konsole zockt, wenn ihr auf eurer PS5 4K 120 Hertz zockt, könnt ihr BFI aktivieren und habt auch einfach diese Motion-Clarity, die ihr sonst nur bei 240 Hertz habt. Also, auch ein geiles Feature. Ich denke, wenn Cyberpunk auf 240 Hertz lief, dann werden vermutlich auch alle anderen Spiele da drauf laufen. Ich denke, wir können das dabei belassen und eigentlich auch direkt zum Fazit kommen. Ihr habt es ja die ganze Zeit rechts oben im Eck vom Video gesehen. Der Monitor ist uns hier von Asus für diesen Test zur Verfügung gestellt worden. Aber, Leute, wir sagen hier auf diesem Channel immer unsere ehrliche Meinung und bei so einem Test, da sind das Ganze ja auch Testwerte, die werden objektiv ermittelt. Und wenn ich euch sage, das hier ist der beste Gaming-Monitor, den ich jemals verwendet habe, dann ist das wirklich meine absolut ehrliche Meinung. Das Teil hier ist wirklich absolut krass. Also, auch wenn ich jetzt hier einfach nur davor sitze und ich habe hier Cyberpunk offen, eigentlich würde ich jetzt gerne hier den ganzen Tag weiterzocken, einfach nur, weil das so geil aussieht. Es ist halt am Ende, zumindest habe ich das irgendwo gelesen, kein High-End-Gaming-Monitor, sondern ein Ultra-High-End-Gaming-Monitor, was auch immer das ist. Besser geht es aktuell nicht. 4K, 240 Hertz, extrem schnelle Reaktionszeit, extrem guter Input-Lag, extrem gute Farben. Für mich persönlich die perfekte Config, flach, nicht curved und das Ganze auch noch verspiegelt. Einfach nur absoluter Traum-Monitor. Was wahrscheinlich auch für viele, nicht eingeschlossen, ein Traum bleiben wird, weil der Monitor hat halt seinen Preis. Aktuell, wo ihr bei Geisheitsgeschaut, 1700 Euro. Ich weiß nicht, wo genau die UVP liegt, der war auch mal bei 1500 Euro. Es ist halt wirklich wahnsinnig viel Geld. Ich meine, wer einen PC hat, mit dem er 4K bei 240 Hertz spielen kann, der hat wahrscheinlich schon 4-5.000 Euro ausgegeben für den PC. Vielleicht tun dann die 1500 Euro für den Monitor nicht mehr so weh. Meiner Meinung nach ist er das Geld wert, weil es gibt aktuell halt einfach nichts Besseres. Zumindest habe ich noch nichts Besseres gesehen oder zumindest testen dürfen. Naja Leute, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Wie gefällt euch der Monitor? Schreckt euch der Preis ab? Habt ihr vielleicht sogar schon einen OLED-Monitor? Bin wirklich gespannt, was ihr zu dem Thema so zu sagen habt. Link zu dem Monitor findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass euch dieses Video hier gefallen hat, dass ihr gespannt seid, wo bei uns die Reise mit den Monitor-Tests hingeht. Dass euch vielleicht auch der kleine Einblick, sag ich mal, in wie wird getestet und was an die Testwerte ausgefallen hat. Wenn ja Leute, lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. und ich sehe euch im nächsten Video. Und ich sehe euch im nächsten Video.